Sie wissen, das Geld ist nicht gekommen. Weitere Unterlagen sind alleine rechtzeitig eingereicht worden beim DFB. Wir haben keine Lizenz für die Dritte Liga. Wir können aus rechtlichen Gründen jetzt nicht allzu viel sagen. Wir können auch nicht genau sagen, wie es weitergeht. Wir können aber versichern, dass wir bis zur letzten Sekunde versucht haben, die Lösungen mitzutragen, soweit es rechtlich irgendwie möglich ist. Es war in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich, dass wir das alles, was zum Teil erst heute erstmals aufgetaucht ist, noch irgendwie bis 15.30 Uhr umsetzen. Wir haben eine Mitgesellschaft in der KGAA, das ist jedem bekannt, die KGAA gibt es auch weiterhin, also ist die Mitgesellschaft dann nach wie vor da. Hier war die Frage nochmal, ob eine Zusammenarbeit in Zukunft überhaupt möglich ist. Der Konsens zwischen e.V. und KGAA war ja zuletzt alles andere als furchtbar. Wenn es geht, 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 guten Abend, freie Kürze, sieg oder die Kürze zu lösen. Schäuble! 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 Wir wollen nur eins, wir wollen nur so. Es ist super, dass es jetzt nicht so viel interessiert, aber es einen Dialog gibt. Schalt auf den Wein! Schalt auf den Geld! Egal was er denkt, wir wollen nur eins, wir wollen das Glück! Keine Ahnung! Schalt auf den Wein! Wer kann die Schuhe unternehmen? Wer kann neuer Präsidenten? Wir wollen nur eins, wir wollen das Glück! 1830, LFV!